Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es, es kommt ein Schiff und damit auch das erste Stück in der Weihnachtszeit. Ich werde, habe außerdem hier einen neuen Absatzplan mir mal ausgedacht. Den werde ich dann in die Videobeschreibung bzw. nicht Videobeschreibung, sondern in die Kanalbeschreibung, so Kanalbeschreibung packen, aber ihn auch in diesem Video noch einmal erläutern. Morgen kommt dann auch nochmal ein Video und das wird zwar das gleiche, die ich beendet habe, aber das werde ich dann nochmal singgerisch untermalen, sowie auch an anderen Tonen. Viel Spaß damit! Das war's. Und jetzt kommen wir zum neuen Absatzplan hin. Ich glaube, ich hatte es schon mal in einem vorherigen Video angesprochen. Ich werde jetzt versuchen, aber jetzt ist es eigentlich schon fast offiziell, ich werde meine Videos auf Samstag verschieben. Ich habe gemerkt, Freitag geht es einfach nicht, schaffe ich es nicht mehr so richtig gut, das einfach aufzunehmen. Ich werde versuchen, jetzt immer jeden Samstag ein Video zu bringen und in meiner Zeit Samstag und Sonntag. Ich werde mal gucken, ob ich es irgendwann auch wieder Freitag schaffe, aber es wird selten sein. Und es wird einfach selten sein. Schaut auch mal auf dem Kanal von VeniPiano vorbei. Macht ja auch ganz gute Videos. Und ich glaube, es soll noch was von Ihnen neues Video geben. Schaut doch mal vor. Hört ziemlich cool. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ciao! Bis zum nächsten Mal.